Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt, ist meine Lieblingsperson Wachmeister Meier. Weil er immer so lustig ist, weil er während des Stücks die ganze Zeit seine Stulle ist. Nein, es ist auch Stullens von zwei anderen. Von Löschmeister Wasserhose. Das ist unter Löschmeister Feuerstein. Einmal von Löschmeister Wasserhose und einmal von Feuerstein. Feuerschale. Ja, Feuerschale. Es geht darum, dass Meier entleitern, putz, die Schutzkleidung ordnet. Er will in seine Schnitte reinbeißen, macht aber dann noch den Rest. Dann ist er halt gerade dabei, die Schnitte zu essen. Ich bin der Inspektor. Mein Name ist die Lunderschmeister-Kreis. Ja, aber... Keiner war. Ja, aber... Dann kommen die anderen reinmarschiert. Was ist denn hier los? Als nächstes kommt unsere wohlverdiente Kaffeepause. Nein, Sie können nicht Ihre Kaffeepause machen, weil die Lona Schmeister-Kreis sie über einen Einsatz ausfragt. Aber jetzt machen wir endlich unsere wohlverdiente Kaffeepause. Guten Appet. Danach konnten sie nicht ihre Kaffeepause machen, weil das Telefon klingelt und Opa Eierschöcke war da. Sie meinte dann, ja, in der Kaffeestrasse brennt es. Bitte kommt schnell. Und dann sind die Feuerwehrmänner eben da hin mit der Tütata gefahren. Haben das Wasser mit einem echten Feuerwehrschlauch gelöscht. Also das... Wir brannten nicht das Wasser. Das Wasser mit einem Wasser gelöscht. Das ergibt keinen Sinn. Dann sind sie wieder zurückgegangen. Dann war... Dann konnten sie endlich ihre Kaffeepause machen. Der Kaffee war auch noch da. Weil es Feuerwehrmänner der Kaffeepause hat. Ja, ich freue mich sehr, wenn es an die Schulen kommt, dann kann ich das Ganze noch mal erleben.